Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit eurem Hobby Mich Frank. Eigentlich hatte ich euch ja vor, heute die MC-09 vorzustellen, aber ich bin am Wochenende mit dem Motorrad von meinem Kumpel gefahren, mit einer CP-1000R. Jetzt habe ich natürlich den LKW vor mir, aber mal gucken, ob wir den vielleicht noch irgendwie überholen können. Ja, und als ich hier gefahren bin, ist mir aufgefallen, dass die Kupplung und die Bremse echt schlecht gingen und da habe ich die gestern mal entlüftet und neu befüllt und dachte mir, ich mache heute einfach mit euch mal eine kleine Testrunde und quatsche mal so ein bisschen über die CP-1000R. Ja, wenn ich das immer so sehe, viele sagen ja, dass die CP-1000R so ein recht emotionsloses Motorrad ist. Das muss ich aber sagen, finde ich überhaupt nicht. Und ich erkläre euch ja eigentlich auch warum. Denn wenn emotionslos heißt, dass das Motorrad einfach nur richtig gut funktioniert, dann schon. Also es hat keine großen Ticken. Und im Gegensatz zum Beispiel zu einer MT-09 muss ich sagen, ist man hier eigentlich, finde ich fast ein bisschen besser aufgehoben. Vor allem zum Beispiel einfach als Anfänger. Ja. Also wie gesagt, wir haben ja 1000 Kubikmotor drin. Es ist eine Naked mit einer Einarmschwinge. Und ich spreche als erstes Mal über den Motor. Denn der Riesenfluss an diesem Motorrad ist, er hat keine großen Lastwechsel. Wenn ich hier normal bin, man gibt Gas. Es läuft einfach. Und ob ich das brutal mache oder langsamer mache, es geht einfach wirklich absolut klasse. Das muss man euch einfach sagen. Und ich sehe dann immer so ein bisschen im Vergleich mit meinen MT-09 und da bin ich recht enttäuscht, wenn ich das jetzt wieder hier erlebe. Und ich bin das Motorrad auch nicht nur wie heute mal gefahren. Ich bin damit auch schon mal 1500 Kilometer gefahren. Das geht einfach richtig gut. Doch richtig gut. So. Als nächstes. Reifen sind hier Konti Sport-Attack verbaut. Funktioniert mit dem Motorrad-Torbschiff-Einwandfrei. Hat schönen Grip. Man muss ein bisschen wärmer fahren, aber das läuft wirklich nicht klasse. Ähm. Verändert wurde an dem Motorrad der Lenker. Der ist ein bisschen breiter. Gefällt mir sehr gut. Das Einzige, ich hätte hier eigentlich gerne, dass er, also dass er hier bisschen dicker ist, dass er hier auf diese 28,6 Millimeter gehen würde. Das geht nicht wegen der Kabel. Das ist ja alles fest. Deswegen ist es ja, also eher Kabelbrücke. Das sind ja 22 Millimeter. Ist aber trotzdem richtig klasse. Gefällt mir. Andere Hebel sind drauf. Finde ich auch gut. Und nachdem ich das jetzt entlüftet habe, weil man hat hier eine hydraulische Kupplung, läuft das auch richtig besser. Ich habe die, als ich letztens getestet habe, wirklich auf den letzten Tipp bekommen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin gefahren wie der letzte Anfänger. Und auch die Bremse ist einwandfrei. Ich habe die über Nacht auch nochmal mit dem Kabelbinder im Zug stehen lassen. Und absolut schöner, knackiger Druckpunkt heute. Die Bremserei läuft da wirklich richtig schön vonstatten. Die hat auch das Combined ABS. Ich bin ganz ehrlich, obwohl ich auch schon sportlich war, ich habe es noch nicht geschafft, das Combined ABS zu fordern. Habe ich bis jetzt noch nicht hinbekommen, beziehungsweise erhofft, dass es ABS geregelt hat. Müsste ich vielleicht mal richtig brutal reinlangen, dass das funktioniert. Wie gesagt, so reicht mir das. Ich fahre auch mal ein bisschen hart auf einer Kurve an. Gefällt mir alles sehr gut. Und des Weiteren hat eine Einarmsschwingung. Das hat Vor- und Nachteile. Die größten Vorteile sind, wenn ihr die Reifen selber wechseln solltet, ist das richtig klasse. Weil dann ist das Ganze einfach wie eine Autofelge zu behandeln. Ihr habt dort keine, das war noch nicht in der Felge. Und ihr könnt das Rad recht einfach demontieren. Das Einzige ist, ihr müsst den Auspuff, also hier ist jetzt zum Beispiel ein Arrow drauf, ihr müsst den Auspuff oben lösen und dann einfach umheben. Und man kommt nicht vorbei. Da hat sich Honda, also so toll es ist, da hat Honda glaube ich nichts gedacht. Das wäre eigentlich total klasse gewesen, wenn man da einfach mal, wenn man da einfach quasi die Felge so hätte abnehmen können. Das geht aber trotzdem gut. Also das ist nicht so, dass man da Riesenprobleme hat. Das sollte trotzdem funktionieren. Genau. Die Schwinge wird ein bisschen vollgesaut. Finde ich aber auch nicht so schlimm. Also von der Kette. Ihr kommt top an die Bremse ran. Also hinten bremsen, die Belege wechseln, das ist wirklich ein Witz. Oder auch Bremsscheibe. Das ist alles total einfach und easy. Wartungstechnisch ist das eine ganz feine Sache. Auch wenn ihr die Lampe hier vorne wechseln wollt. Das geht total klasse. Ihr könnt einfach hier zwei Schrauben wechseln, das Ganze abklappen und könnt die Lampe einfach ersetzen. Das geht wirklich total klasse. Also das kann ich euch auch nur empfehlen. Wunderschön bei dem Motorrad. Negativ. Bis negativ finde ich zum Beispiel die Tacho. Die Anzeige digital hier ist nicht so mein Fall. Und auch hier, manchmal gibt es eine leichte Spiegelung und man sieht es dadurch auch ein bisschen schlechter. Ist aber nicht so schlimm. Kleine Absicht und dann habt ihr zum Beispiel im Vergleich zu einer MT-09 auch. zur Sitzposition. Ihr sitzt auf dem Motorrad sehr gut. Das Einzige ist, ihr sitzt mehr auf dem Motorrad drauf und nicht drin. Eine vergleichbare FZ1, dort sitzt man halt mehr im Motorrad drin. Aber man gewöhnt sich hier schneller und dann läuft das auch richtig gut. Also ich finde das wirklich klasse. Auch hier Armatur und Blingerei kommt noch top ran. Wie gesagt, ihr kommt hier aus der Koffer raus und könnt gleich richtig schön. Also es geht wirklich klasse. Da kann man überhaupt nichts meckern. Genau. Andere Blinge sind hier noch verbaut. Einen Bugspurler hast du noch. Und das ist so eine total klasse. Ihr könnt mit dem Hintern richtig toll an die Rücksitzbank richtig hinten rum. Und habt dort richtig Halt beim Durchbeschleunigen. Das finde ich absolut toll. Und wenn man mit nach vorne lehnt, also, wie gesagt, mir fällt ein Motorrad kaum großartig negative Sachen ein. Und wenn man es genau nimmt, im Gegensatz zu einer MT-09, wo Foren damit voll sind, dass man zwar drei Fahrmodi hat, aber eigentlich ja nur einen benutzen kann, weil alle anderen irgendwie total schnorchig sind und hier auf dem Ding sitzen wie so ein Anfänger, muss ich sagen, ist das ja einfach die beste Wahl. Ich weiß nicht, ob es an der Euro 4 oder 5-Norm liegt. Also nicht der 4, glaube ich, ist der Motorrad. Und hier ist ein Bautenzug, wie bei meiner R1 auch, ein Bautenzug einfach an den Platz klappen. Ihr macht einfach auf und dann läuft das. Und ich brauche dann, ich dachte, hier ist der Fahrmodi, das ist er. Und damit lernt man es auch. Und dann brauche ich nicht B, A und einen Standard oder eine Traktionskontrolle. Das ist hier, wir haben hier gerade nicht die besten Bedingungen. Und das läuft. Das läuft richtig toll. Das läuft richtig gut, dieses Motorrad. Das muss man einfach sagen. Genau. Das wollte ich eigentlich mit euch heute besprechen. Ich werde gleich diese wunderschöne Strecke hier auch nochmal mit ein bisschen mehr FP fahren, damit ihr auch nochmal seht, was die CB1000R auch so leistet. Das ist wirklich ein wunderschönes Motorrad. Ich kann es euch nur empfehlen. Macht mal Probe. Und wenn ihr euch vielleicht sogar echt zwischen einer MT-09 und so was ihr entscheiden müsst, macht es wirklich. Also probiert es mal auch. Und wenn die ein bisschen älter ist, für das Geld von einer gebrauchten, ja. Es fällt mir echt schwer, eine Honda, also ich mag jede Mark, aber eine Honda in einer MT-09 vorzuziehen, aber das ist hier in einer CB1000R an dem Vorzett hier zu geben. Aber das läuft wirklich klasse. Also, macht gut, bis bald. Mir hat es mega Spaß wieder mal gemacht mit euch. Bis bald. Euer Frank. Tschö-tööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Ja, 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 ja.